Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Catch Rodan Versuch 4. So stark hat sich noch nie ein Pokémon gewährt. Und es kotzt mich an. Diese Attacke ganz besonders. Das ist eine nervigste Attacke. Oh, das nervt mich. Okay, da es bei Versuch 1 bis 3 nicht geklappt hat, ich drücke jetzt mal... Ein K.O. Treffer. Tch. Das ist sehr toll. Oh Mann, ist das eine Scheiße. Das kann so so oft ansetzen. Das macht mir nichts aus. Nichts aus. Nein! Es hat sich fast gefangen lassen. Gefangen lassen. Vor allem. Tch. Setz doch an die Erholung an, damit ich dich... ... 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 Ja, ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass es passiert, aber yeah, ich habe es gefangen, ich bin so stolz. Laut Mythologie soll Ground und das Land erschaffen haben, es schläft in Magma und soll Vulkanusbrüche hervorrufen, wenn es geweckt wird. Nein. Hurra. Also Leute, wie ihr seht, haben wir jetzt Ground und Yoga gefangen und unser nächstes Ziel sind die legendären Pokémon. Und jetzt ist wieder hier alles normal. Und wir sehen uns dann im nächsten, ich will nicht sagen Cheat Bart, aber sagen wir mal Cheat Bart. Tschüss.